Hast du einen Pistenbruch noch dafür? Alter! Danke, dass du mir das gecheckt hast mit dem Harvester und so. Ja, ich dämme... Alter, ich bin vergiftet oder so. Ich muss bei mir gleich mal ne Aufnahmepause machen. Ehe einfach so. Und um das Fenster zuzumachen. Und in dieser Aufnahmepause werde ich dann ausprobieren. Kommst du dann gleich wieder? Ja, ob das mit diesem Harvester und diesem 3x3 Baum funktioniert. Wie sie das jetzt alle ausprobieren wollen? Nein, ich will ja nur diesen Riesenbaum ausprobieren. Weil ich wusste nur nicht, wie der Plenta funktioniert. Den Harvester kannte ich ja schon. Wie powert man den Harvester? Ähm, mit mir wie ich bau. Mit Geothermalgenerator oder Solarpanels. Ach so, mit Strom. Sag mal, ist es egal, wie viel EU-Protekt der bekommt? Ich glaub schon, ja. Das weiß ich nicht. Also, ja, also auf jeden Fall. Das ist so. Du kannst auch High-Voltage stehen dran plätschen. Weil ich hatte meinen mal direkt als erstes ein Atomkraftwerk angeschlossen auf einer anderen Welt. Ja, und da hat er noch mehr als High-Voltage. Äh, dass ich weiß nicht, wie viel ein Atomkraftwerk abgibt. Ja, kommt ganz drauf an. Das kann gleich bis zu 2000 EU-Protekt ausgeben. Ah, das ist genug. Machen hier Geothermalgeneratoren? Weiß nicht. Geothermalgeneratoren geben Low Voltage auf jeden Fall aus. Okay. Jo, also nach knapp zwei Stunden Aufnahme verabschiede ich mich jetzt erst mal. Also, wenn mein Holzfäller aktiv ist, würde ich nicht in die Nähe davon gehen. Schlägt er ein? Nein. Du kriegst auf einmal irgendwie Hunger. Und Damage. Okay. Hört sich ja sehr geil an. Also, Leute, bis zum nächsten Mal, ne? Bis morgen. Bis morgen. Ja, das ist meine Aufnahme. Und, ähm. Jo, tschüss. Los. Äh. Jo, Leute, und da bin ich wieder mit den anderen beiden. Hab jetzt grad nen Cut gemacht. Hab nicht nachgucken können, ob das funktioniert mit diesem riesen Baum, weil ich nicht weiß, welcher da troppt. Jo. Guck mal, jetzt schon sogar was höher drauf. Äh, kannst du mir zufällig Glotstone Dust geben? Ich? Ich? Ja, er. Hier, Luca. Eberlator. Ehhh. Ehhhh. Rein theoretisch ja. Okay. Was willst du? Kupa. Glaub ich nicht. Hier bist ein Arm. Was willst du denn als von uns? Habe ich alles verkraftet. Wie viel brauchst du denn? Ähm. Für einen Marsfabricator. Wie viel braucht man denn da? 4. 6. 8. Es regnet bei mir. Bei mir auch. Weil der Regen jetzt aufhört. Weißt du was? Mögt ihr mal schlafen gehen? Okay, du bekommst 8. Leute, hier war ein ganz lautes Geräusch. Ja? Was war dieses ganz laute Geräusch? Äh. Und ein Schwein steht auf mir, während ich schlafe. Was machst du da? Wo kommt das her? Das darfst du mich nicht fragen. Könnt du dir bitte schlafen gehen? Jo. Okay. Kann ich mit dir in einem Bett schlafen? Ich hab Angst vor dem Geräusch. An das müsstest du mal einen Daylight Sensor anmachen. Gibt's den hier schon? Äh. Glaub nicht. Man braucht dafür doch Schwarz, oder? Geil. Den gibt's nicht normal, aber den gibt's von irgendeiner Mod. Glaub ich. Ja, ja. Erstmal gucken wir vier UU-Meter schafft. Ach du heilige Leck mich. Fünf UU-Meter. Okay. Zone-Wire. Wett! Okay, ich bau das doch nicht. Produzieren denn... Ja, jetzt produzieren meine Solar Panets auch wieder. So. Was? Äh. Kompressor war das, ne? Kompressor. Kompressor... Die Leute, nicht. Das ist... Es ist so, dass man da rauskommt. Ähm. Ehm. Wissende interessant, wenn ich jetzt irgendwo... morgen wieder auf den Server gehe und meine Kiste auch mit Holz voll ist. Das ist doch nur ein Electronic Circuit Verdammt Ich kann hier doch nicht, mein, ähm, Close Zone gebe, ich brauche den Selbstgefahr Okay Aber dein Netoportal darf ich benutzen, oder? Ja klar, wenn du es anmachst Jaja Der muss etwas tun dafür Hm Weil der Scheiß, ne? Ich muss auch nehmen, also ich habe nicht genügend So, Kompressor habe ich Wo stelle ich die hin? So, Rubber Kompressor, das ist auch mit den Äh, ähm Mit den Ja, ich meine, eher eine Frage Von welchem Platz Ne, ich überlege gerade, ich habe eigentlich extra hier eine Wand gemacht, aber die ist jetzt voll Ich überlege gerade, ob das mit dem Dings hier ist, äh, mit den Engines oder mit Saft, also mit Strom Was denn? Ja, die, äh, Kompressor Ach, Alter Ich dachte, du bist ein Creeper Was? Ja, weil ich auch voll den Skin habe von einem Creeper Hey, ich habe sowas überhaupt nicht erwartet, was meinst du? Ähm, Kompressor ist mit Strom, ja Ja Das ist alles, ähm, ich weiß gar nicht, was das für eine Mod ist Mit, äh, äh, äh Industrial Craft Ah, genau Und die finde ich eher etwas einfacher Jo Oh, ne Diamantschmezzacke und Diamantzahnräder Wo ist mein Feuerzeug? Äh, es könnte eventuell bei den Zigaretten liegen Ich glaube, er raucht nicht Ey, sag das nicht zu früh Ich auch nicht Was nicht ist, kann auch werden Ich möchte nicht rauchen Ja Sagte er und steckte sich eine Kippe an Oh, es liegt am, bei dem Buch Und neben dem Buch liegen die Oraniumzellen Ach, da ist es doch sicher gelagert Leber etwas leicht entzündlichen Und danach kommt Oranium Ich habe keinen Cobblestone mehr Das kann, ne Willst du von mir welchen haben? Nein Ich habe da, ich habe noch welchen gefunden Und ab in das In das Nitter Ab in das Nitter Das Nitter Ich will jetzt meinen Harvester ans Laufen bekommen Aber du meintest ja, ich brauche noch diesen Soil-Boiler Platsch-Boiler Platsch-Boiler meinetwegen auch Den Platsch-Boiler Oh, ganz viel Eisen Wo ist denn jetzt mein Achso, den habe ich da vorne schon hingestellt Oha, da hält nicht ein Alter, ist das ein dickes Ding Da habe ich mich schon mal so drüber Ah, schau mal das Ding so gefeiert Dies dicke Ding da Das dicke Ding da In meiner Hose So, mein Zauber ist da Ach Dann fährt Zauber mal Dies dicke Ding in Cobblestone So, was sie sagt Dieses dicke Ding da in meiner Hose Aha Soll zu Cobblestone werden Das dicke Ding Das ringe Ding 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 Okay, ich glaube Immer noch nicht komplett verwandelt Da oben ist noch was Okay, das waren Ja, okay, jetzt brauche ich Also ich habe keinen Cobblestone mehr Warum? Jetzt habe ich ein paar Jetzt habe ich ein paar Stacks Was möge ich geben? Nö Natürlich Ähm Verdammt Hat irgendwer einen Copper für mich? Ja Komm Aha Ich weine, wenn der kommt Aber aus Zinn genommen Dankeschön Ich hoffe, hier ist irgendwie offen Ja, ich vergrößere gerade ein bisschen Ey Oh, okay Die Schweine, Männer werden angry Wenn man seinen Kollegen Mit der Krabbelpickern wegwirft Die werden auch angry Wenn du ihre Erz abbaust Ja, aber ich habe die nur hochgehoben Dann muss ich euch leider auch wegwerfen Alle Danke übrigens für das Copper Ja Dafür erwarte ich jetzt eine Nicht-sexuelle Gegenleistung Ich habe Achso, ist in meinem Miners-Backpack So, und nähter Portal wieder ausmachen Warum? Damit die Zombies nicht durchkommen Ach Weichei Und damit Nicht die ganze Zeit Diesen Geräusche machen Ich bin ein Vollidiot Ich hatte noch Copper-Kabel im Inventory Dann auch noch von mir abschnorren Das geht zu weit Ich denke das Der Plänter braucht auch Strom Ja Ja Ruhig da draußen Okay Ich habe Scheint Ach, da ist noch Oranium Ich brauche Bücher Ich brauche Bücher Ich brauche Bücher Irgendwo Ich muss Ach, ja Ich leere doch irgendwie so herstellen Scrapbox Kriege ich nochmal Scrap her Wo war denn das? Aus dem Recycler Genau Na gut, dann mache ich das erstmal noch nicht Aber ich entscheide jetzt erstmal hier Hast du ein Enchantment-Table? Ja Vielleicht auch Enchanten? 5 Euro Was? Ein Diamant? Naja, 5 Euro Okay Weiß nur, sollte ich irgendwas haben Weil ich auch wirklich verzaubern möchte Also ich kann mein Jetpack nicht Enchanten Was lohnt sich denn zu verzaubern? Das ist aber noch kein Wenn du Bücherregal mitbringst Dann Ja, für jedes Enchanten ein Bücherregal Nö, dann baue ich mir das Übersetz Gemeinde Oh Badpack Hier ist 24 Uranium dran Hier ist 7 Hier ist 7 Hier ist 3 Oh, ich wollte mir die ganze Zeit was machen, ey Ich denke, lass mich so leicht ablenken Ich finde meine Ähm, verdammten Pipes nicht mehr Verdammt Sag zu den verdammten nicht Pipes Verdammte Pipes Und so Wieder 3 Juju-Meter Eigentlich würde ich das ja noch ganz gerne hinbekommen Dieses Ultimate Solar Dingens So Ich mach mal kurz ne kleine Aufnahmepause Ich hol mir mal eben was zu trinken Oh, trinken Oh, jetzt wo du das sagst, krieg ich durch Und zwar Ich hab grad vor der Aufnahme getrunken Mach mir grad noch Redstone Engine Und zwar Mach ich Jetzt die Aufnahmepause Bis gleich Nauch rein Jo Ne, ich will mir nur was zu trinken Geh einmal auf die Toilette und so Besuchst einmal deine Mama Was? Besuchst einmal deine Mama Na klar Bis gleich Bis gleich Boah, ich trinke jetzt auch nochmal was Mach das So So Warum hab ich hier so wärmer so lecks Wo bist du? Beim Haus Ja, wahrscheinlich ist das der Harvester, weil der so schnell abbaut Seh das nicht mal an Wahrscheinlich ist das der Harvester, weil der so schnell abbaut So Weißt du, was ich da Was ich hier an Windows hasse? Wenn die Festplatte voll ist, willst du langsam? Nö, ich mach doch mal selbstständig Updates Kannst du ausstellen Hab ich schon versucht Hat wohl nicht geklappt Richtig Bist du wohl zu blöd dafür? Ne Was ist das richtig? Richtig Richtig ... Richtig ...